Musik Guten Tag meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn und zwar heute darum, was das beim Autofahren so alles zu tun hat. Autofahren und Gehirnforschung, das scheint zunächst mal etwa so viel miteinander zu tun zu haben wie Sauerkraut und Vanillesoße. Aber es ist doch so, dass man eine Menge über das Autofahren lernen kann, wenn man ein bisschen was vom Gehirn versteht. Und das Ganze kann sogar dazu führen, dass sie am Ende weniger Unfälle verursachen werden. Eine ganz wichtige Einsicht kam zum Beispiel vor einigen Jahren durch eine experimentelle Untersuchung zustande, als man sich gefragt hat, wie kommt es eigentlich, dass wir oft so unglaubliche Massenkarambolagen auf den Autobahnen haben. Sind das alles gewissenlose Raser, die da in der Gegend herumfahren und gerade bei Nebel besonders schnell fahren und so risikoreich fahren, dass sie dann eben ineinander krachen? Sind die Menschen alle verrückt geworden und sind sie Opfer ihrer Gewissenlosigkeit? Wenn Sie ehrlich sind, wenn man so normal im Straßenverkehr unterwegs ist, hat man doch das Gefühl, die meisten Menschen, die da mit einem im Verkehr sind, sind vernünftige Wesen und eben nicht gewissenlose, lebensmüde Kerle, die da leichtfertig sich und andere aufs Spiel setzen. Wenn dem aber so ist, wie kommt es dann? Das doch jeden Herbst. Und ich wohne in Ulm und da gibt es viel Nebel und immer um Ulm herum gibt es dann die Auffahrunfälle und immer wieder in der Zeitung. Wie kommt es, dass wir gerade jeden Herbst solche Phänomene haben? Nun, schauen wir uns mal an, wie es aussieht, wenn man so fährt. Zum Beispiel, wenn es schönes Wetter ist, dann sieht man gut und das Bild ist kontrastreich und man hat so richtig das Gefühl, prima, die Wahrnehmung funktioniert wunderbar. Wenn es jetzt im nächsten Bild ein bisschen dunstiger ist, sieht man nicht so gut. Die Wahrnehmung ist auch nicht so kontrastreich und wenn es dann richtig neblig ist, wie auf dem nächsten Bild, dann ist die Wahrnehmung überhaupt nicht mehr kontrastreich und es ist sozusagen alles so verschwommen. Nun sind wir Menschen entstanden, als es noch keine Autos gab. Und deswegen hat unser Sehsystem eine dumme Eigenschaft, nämlich die Kontrastwahrnehmung, der Kontrastreichtum hängt mit der Bewegungswahrnehmung zusammen. Je kontrastreicher das Bild ist, was wir sehen, desto besser können wir Bewegungen einschätzen. Wird das Bild kontrastärmer, können wir Bewegungen nicht mehr gut einschätzen. Auch Bewegungen unserer selbst. Das hat man experimentell dadurch untersucht, dass man Leute in einen Fahrsimulator gesetzt hat und hat ihnen gesagt, pass mal auf, fahrt mal 50. Das war in England und Sie wissen, die Engländer rechnen heute noch in Meilen, deswegen waren die Zahlen ein bisschen krummer. Es waren also, man hat ihnen gesagt, fahrt mal 30 Meilen, das sind also knapp 50, 48 kmh. Dann hat man gesagt, fahrt mal 40 Meilen und dann hat man gesagt, fahrt mal 50 Meilen, beziehungsweise es waren 30, 50 und 70 Meilen, um es ganz genau zu sagen. Und dann sind die Leute gefahren. Und solange das Bild kontrastreich war, die also in der normalen Umgebung gefahren sind, konnten die auch ihre eigene Geschwindigkeit recht gut einschätzen, Wenn man ihnen also gesagt hat, bitte fahrt 50, dann sind sie auch 50 gefahren. Wenn sie 70 fahren sollten, sind sie eben auch 70 gefahren. Nächstes Bild. Je diesiger und am Ende eben auch neblig das Bild wurde, desto mehr hat sich das geändert. Das hier war jeweils die zu fahrende Geschwindigkeit. 48 kmh, 80 kmh, 112 kmh. Das hier war letztlich die gefahrene Geschwindigkeit, die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit. Wenn es klar war und Sie sehen, das passt ganz gut. Wenn es diesig war, es wird mehr. Und wenn es neblig war, es wird noch mehr. Genau dann, wenn man also langsam fahren müsste, sagt uns unsere visuelle Wahrnehmung, Oh, wir sind ja ganz langsam, obwohl wir schnell sind. Das heißt, genau dann, wenn wir eigentlich gerade vorsichtig sein müssten, gaukelt uns unsere Wahrnehmung vor, dass wir langsamer sind, als wir sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn Sie das nächste Mal in den Nebel reinfahren oder in den Dunst, was müssen Sie machen? Sie müssen auf den Tacho gucken, um zu sehen, dass Sie tatsächlich nicht schneller sind, als Sie sein wollen. Nun, hier spielt uns also ganz offensichtlich unsere Wahrnehmung einen ganz bösen Streich. Einen Streich, da bin ich mir sicher, der jedes Jahr für einige Verkehrstote leider zuständig ist. Und das sind nicht die gewissenlosen Autofahrer, sondern es sind die Autofahrer, die abstammen von denen, die durch die Savanne gerannt sind und deswegen nicht so gut mit Bewegungen klarkommen, wenn es neblig ist. Und deswegen vielleicht mal zu schnell sind, wenn Sie im Nebel fahren. Das ist aber keineswegs das einzige visuelle Problem, das uns beim Autofahren sozusagen plagt. Vertrachten wir mal das nächste Bild. Hier sehen Sie eine Straße im Dunkeln. Und wenn Sie so eine Straße langfahren, dann sind Sie eher vorsichtig, weil Sie sehen nicht so gut und die Begrenzung ist kaum zu erkennen. Sie fahren langsam. Solche engen, kurvigen Straßen, die gibt es vor allem in Skandinavien. Wer schon mal in Norwegen war, der weiß, da kann man endlos Autofahren, kleine, kurvigen Straßen wenig befahren und nachts eben schwer einzusehen. Die Norweger sind natürlich deswegen dann drauf gekommen, haben gesagt, wir machen unsere Straßen sicherer. Auf dem nächsten Bild ist ganz klar gezeigt, was man tun kann, um Straßen sicherer zu machen. Man stellt diese Reflektoren auf, Katzenaugen, wie sie auch genannt werden. Und dann durch das reflektierte Licht aus diesen Reflektoren sieht man sehr schön, aha, hier ist die Straße konfiguriert. Wir können also weiter hinten hinschauen, können also besser wissen, wo es lang geht. Und weil das so ist, fahren wir schneller. Und weil das so ist, können Sie sich jetzt fragen, welches sind wohl die sicheren Straßen? Die oder die ohne Reflektoren? Die Norweger, als sie dann dabei waren, an Straßen sehr viele Tausende von Kilometern mit Reflektoren auszustatten, waren clever genug, dass sie gesagt haben, wir nehmen einfach mal ein Dutzend Straßen hier, ein Dutzend Straßen da und dann zufallsverteilt machen wir bei den einen Reflektoren hin, bei den anderen nicht. Was kam raus? Bei denen mit den Reflektoren gab es deutlich mehr Unfälle. Es kann also sein, sie wollen das Beste, sie wollen tatsächlich die Straßen sicherer machen und sie erreichen genau das Gegenteil. sie erreichen, dass die Menschen, weil sie besser einsehbar sind, sich einbilden, sie könnten jetzt auch schneller fahren, das dann tun und dann eben auch mehr Unfälle verursachen. Weiter im Text. Das nächste Bild zeigt etwas an, wieder ein Schwachpunkt unseres visuellen Systems, nämlich die Tatsache, dass wenn wir gleich helle Farben sehen, die unterschiedliche Wellenlängen haben, Orange und Grün hat eine unterschiedliche Wellenlänge, noch deutlicher ist es bei Dunkelrot und Dunkelblau, am deutlichsten ist der Effekt in der Diskothek, wenn man Rotlicht einerseits hat und das Schwarzlicht, was also ganz kurze Wellenlängen hat, so kurz, dass man sie nicht mehr sieht und wenn es dann reflektiert wird, wird es eben im Dunkelblauen Bereich reflektiert. Nun, wie bei jeder Optik ist es auch bei unserer Augenlinse so, dass die Brechkraft auch von der Wellenlänge des gebrochenen Lichts abhängt. Mal die nächste Abbildung. Wir haben also hier parallele Strahlen, rote und blaue und hier eine Linse. Und nun ist es so, dass in Abhängigkeit von der Wellenlänge das eine Licht etwas stärker und das andere etwas schwächer gebrochen wird. Das heißt, wenn jetzt unsere Augen versuchen scharf zu stellen und sie stellen meinetwegen auf das rote Licht scharf, dann ist es beim blauen Licht unscharf. Nun, stellen sie aufs blaue Licht scharf, ist es beim roten Licht unscharf. Das heißt, die Augen können scharf stellen, wie sie wollen, es ist immer unscharf. Das wird in Diskotheken ausgenutzt, weil wir wollen ja nicht so ganz genau hingucken, wie der andere aussieht. Und wenn wir das nicht tun, dann sehen wir weniger Falten und dann sehen die Menschen alle viel jünger aus, als sie sind. Und das ist in Diskotheken vielleicht manchmal ganz vorteilhaft. Im Straßenverkehr ist es nicht so sehr vorteilhaft. Weswegen man sich sehr wundern muss, dass manche Designer mancher Autos, nächstes Bild bitte, Armaturen erfinden, die mit ganz dunkelblauem und ganz dunkelrotem Licht illuminiert sind. Sie können diese Armaturen gar nicht scharf sehen. Die sind so konstruiert, dass sie sie nicht scharf sehen können. Und man wundert sich tatsächlich, wie man aus anderen Gründen, weil es vielleicht irgendwie nett aussieht, Armaturen konstruieren kann, von denen man weiß, dass sie nicht scharf sein können. Das nächste Bild. Mit diesem Effekt haben wir uns schon mal beschäftigt. Hier geht es darum, dass, wenn ich Sie bitte, mal die Farbe der Wörter zu benennen, geht das relativ einfach, weil die Wörter sind in der Farbe geschrieben, die sie eben auch bedeuten. Also hier haben wir Blau, Rot, Gelb, Grün, Braun und so weiter. Auf dem nächsten Bild ist das anders. Wenn ich Sie hier bitte, die Wörter zu benennen, haben Sie ein Problem, denn Sie lesen auch, wie heißt diese, wenn ich Sie bitte, die Farbe zu benennen, Entschuldigung, Wenn Sie die Farbe benennen, wie heißt diese Farbe hier, dann sagen Sie, ge, 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 Blau. Weil, ganz einfach, wir lesen so vollautomatisch, dass wir uns immer schon im Grunde genommen die Buchstaben zu einem Wort geformt haben, auch dann, wenn die Instruktion ist, bitte nicht lesen, sondern die Farbe benennen. Das Farbe, wir benennen seltener mal die Farben von Dingen, als wir Wörter lesen, weswegen wir beim Farbe benennen langsamer sind und weswegen das Wortlesen immer erst mal automatisch passiert. Wir können also gar nicht anders, der Effekt ist uralt, mittlerweile fast 70 Jahre alt, Herr John Ridley Stroop hat ihn 1935 erstmals beschrieben und nach ihm ist er auch benannt. Man spricht von einem Stroop-Effekt, wenn also das, was man sofort erfasst, mit dem, was man eigentlich tun soll, nicht übereinstimmt. Stroop-Effekte gibt es auch im Straßenverkehr. Das nächste Bild, bitte. Wenn Sie diesen Blinker sehen, wohin fährt der wohl als nächstes? Nun, hier sehen Sie einen Pfeil, der zeigt nach rechts. Sie möchten also meinen, ha, vielleicht fährt er nach rechts. Schauen wir uns den Blinker mal ein bisschen genauer an, auf dem nächsten Bild. Dann sehen Sie, dieses Auto fährt nach da, denn das ist das Stück vom Auto. Hier hört das Auto auf und das ist sozusagen das linke Blinklicht. Sie haben also hier einen linken Blinker, der nach rechts zeigt. Und wenn Sie den sozusagen im Nebel oder irgendwie unscharf oder von Weitem sehen, wissen Sie eigentlich gar nicht genau, was hier los ist, weil die angezeigte Richtung und der Ort am Fahrzeug jeweils eine verschiedene Richtung bedeuten. Sie haben ja einen Strub-Effekt. Auf dem nächsten Bild sehen wir wieder so was. Es gibt viele Ausfahrtschilder, die so konfiguriert sind, dass letztlich ein Strub-Effekt resultiert. Wenn Sie dieses Schild ganz kurz sehen, Sie sehen Altdorf rechts und Neustadt links. Wo müssen Sie also hinfahren, wenn Sie nach Altdorf wollen? Nach links. Weil der Pfeil so komisch daneben steht. Und wo müssen Sie hinfahren, wenn Sie nach Neustadt wollen? Neustadt steht links. Und es steht auch näher zu einem Pfeil, der nach links zeigt, wenn Sie das Wort als ganzes mal gestaltbildnerisch sehen, als zu einem Pfeil, der nach rechts zeigt. Dummerweise müssen Sie aber bei Neustadt nach rechts fahren. Und es gibt viele solche Straßenschilder, die sozusagen in sich eine Inkongruenz anzeigen und die in sich anzeigen, es geht nach rechts oder nach links oder wohin geht es eigentlich. Und wenn Sie das kurz sehen, wissen Sie es nicht. Und es ist sogar so, wenn Sie es kurz sehen, entscheiden Sie sich für die falsche Richtung. So kann man manchen Unfall verstehen, der an Ausfahrten passiert, wo dann die Unfallteilnehmer in die Mitte gefahren sind, weil sie wie der Esel zwischen den Heuhaufen sich nicht richtig entscheiden konnten. Oder man versteht auch mancher, manchen, den er auf der Autobahn plötzlich anhält, weil er plötzlich verkehrt gefahren ist. Und mancher macht es dann ganz falsch und fährt auch noch rückwärts und verursacht Unfälle. Das ist hier ein ganz leicht vermeidbarer Strub-Effekt, ein ungünstiger Effekt, der vollautomatisch passiert. Muss man auch mal sagen, wir unterliegen ja diesen Effekten, dem Flimmerkontrast, dem Strub-Effekt oder dem Effekt, dass unsere Aufmerksamkeit nach oben geht, weiter geht und wir deswegen auch schneller fahren. Oder dem ganz am Anfang gezeigten Effekt von Kontrastwahrnehmung und Geschwindigkeitswahrnehmung. Wir unterliegen dem ja nicht bewusst. Das passiert mit uns, weil es einfach, weil unsere Wahrnehmungsmaschinerie so funktioniert, wie sie funktioniert. Wenn wir es aber wissen, wenn wir wissen, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, dann können wir natürlich das in Rechnung stellen. Das heißt, wer weiß, wie sein Sehsystem funktioniert, der kann im Nebel ein bisschen langsamer fahren und mal auf den Tacho gucken und verifizieren, dass er so langsam ist, wie er glaubt, dass er ist. Wer weiß, wie Flimmerkontraste funktionieren und wer weiß, wie Strubeffekte funktionieren, der sollte eigentlich vernünftige Autos bauen und auch vernünftige Verkehrsschilder bauen. Wenn also schon Verkehrsschilder, dann bitte so, wie im nächsten Beispiel dargestellt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF,